In diesem Film lernen Sie, wie Sie einem Objekt mehrere Effekte zuweisen. Dieses Beispiel veranschaulicht das Prinzip der Archivierung in Outlook. Noch sind Postfach und Archiv leer, aber wie im richtigen Leben füllt sich auch dieses Postfach langsam aber sicher mit immer mehr Outlook-Elementen. Bei der automatischen Archivierung ermittelt Outlook in regelmäßigen Abständen Elemente mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Auch den Auslagerungsprozess, bei dem die zu archivierenden Elemente vom Postfach ins Archiv verschoben werden, übernimmt Outlook vollautomatisch. Und wenn irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Elemente endgültig überflüssig geworden sind, dann löschen Sie sie. So kombinieren Sie mehrere Effekte. Zuerst weisen Sie den Einblendeffekt zu. Ich wähle hier den Effekt Verblassen. Als nächstes folgt der Hervorhebungseffekt. In diesem Beispiel entscheide ich mich für die Variante Komplementärfarbe 2. Zur Veranschaulichung des Auslagerungsprozesses folgt jetzt ein Animationspfad. In den meisten Fällen empfiehlt sich ein benutzerdefinierter Pfad, bei dem Sie selbst bestimmen, wo er beginnt und endet. Weil Objekte nach dem Löschen nicht mehr da sind, schließen Sie die Effektkombination mit einem Beenden-Effekt ab, zum Beispiel der Variante Verblassender Zoom. Bei einem Objekt bleibt der Aufgabenbereich übersichtlich, bei mehreren Objekten wird es ein wenig eng. Bei einem Beenden-Effekt zu plugins. Da geht esadder, bis zur Freire, unterhalten wird es eine Formplation. Er sollte man bevorzuden Sie auf die neuterte Kapatsch permettre. Und die Beenden-Effektka, kommen Sie in derRIS